Die Zeit geht irgendwie immer so schnell vorbei, mittlerweile wie auch schon in der letzten Dezemberwoche. Und das heißt, am Donnerstag beginnt das neue Jahr 2021. Nee, am Freitag beginnt es. Ja, am Freitag beginnt das. Und es gibt auf jeden Fall noch einige Dinge, die wir machen können, um das Jahr 2020 abzuschließen, um das neue Jahr vorzubereiten. Und einige dieser Möglichkeiten möchte ich euch heute mal zeigen. Vergiss nicht, meinen Kanal zu abonnieren für mehr Videos dieser Art. Und jetzt erstmal viel Spaß bei dem heutigen Video. So, die allererste Sache ist, deine Erfolge und Dinge, die du gelernt hast, aufzuschreiben. Ich habe mir so eine Datei erstellt mit Lara Amelie 2020, also mit dem diesjährigen Jahr. Und habe da alle Sachen aufgeschrieben, die für dieses Jahr relevant waren. Das allererste waren dann nämlich meine Gewinne, also meine Erfolge dieses Jahr. So sieht es ungefähr aus. Ich habe mir bei Rantla Bell erstellt und habe dann alle Dinge aufgeschrieben, die ich dieses Jahr gut gemacht habe, die mir gut gelungen sind und die ich als Erfolge bezeichnen würde. Habe dann daneben eine Spalte gemacht mit Bereichen in meinem Leben. Und habe diese ganzen Erfolge dann untergeordnet in zum Beispiel Kategorien wie Mental Health, Persönlichkeitsentwicklung, Schule, Beziehungen, Sozial und so weiter. Ich finde es immer sehr gut, da es natürlich auch immer schlechte Sachen im Jahr gibt. Und auch für mich gab es schlechte Sachen. Und auch ich habe nicht alles erreicht, was ich wollte. Und es sind blöde Sachen passiert. Aber trotzdem ist es ja schön, nochmal positiv auf das Jahr zurückzublicken. Und zu gucken, was ist mir doch gut gelungen. Und was waren Erfolge in diesem Jahr. Auch weil es viele negative Dinge gab. Um euch mal so ein paar Beispiele zu geben für zum Beispiel meine Erfolge, war es, dass ich dieses Jahr angefangen habe mit dem Minimalismus, mich auseinanderzusetzen. Dann habe ich eine Einzelmehr nach Fahrarbeit bekommen, die ich dieses Jahr geschrieben habe. Ich habe 25 Bücher gelesen und mich mehr mit Lesen beschäftigt, was ich die letzten Jahre fast gar nicht gemacht habe. Also ich habe wirklich letztes Jahr vielleicht zwei Bücher oder so gelesen. Dann habe ich auch noch, dass ich zum Beispiel 10.000 Abonnenten bei YouTube erreicht habe. Ich habe einen Poetry Slam und habe dann auf den ersten Platz gelegt und so weiter halt so Kleinigkeiten, die für mich cool waren. Und die zweite Sache ist, wie gesagt, das Ganze auch nochmal mit Dingen, die man gelernt hat, zu machen. Und so habe ich mir dann schon wieder Tabelle erstellt und habe eigentlich genau das Gleiche gemacht. Also einfach alle Dinge aufgeschrieben, die ich gelernt habe. Und ich habe mich da sehr lange gesetzt und so ein Brainstorming gemacht. Und habe dann eine zweite Kategorie gemacht mit Bereichen in meinem Leben. Also wieder, was es ist. Also für mein Mindset, für meine mentale Gesundheit, für Beziehungen und so weiter. Und habe dann eben noch eine Spalte gemacht mit den ganzen Quellen. Also woher ich das gelernt habe. Da hielt es nämlich spannend von zu gucken, wo ich was lerne und wo ich vielleicht mehr Zeit investieren sollte. Zum Beispiel habe ich jetzt gedacht, dass ich halt einfach sehr viel aus Büchern gelernt habe. Dann halt viel von persönlichen Erfahrungen. Social Media, das ist natürlich auch ein bisschen. Also YouTube, Social Media generell habe ich viel gelernt. Und jetzt mal ein paar Beispiele zum Thema, was ich gelernt habe. Und so habe ich jetzt zum Beispiel aufgeschrieben, dass ich gelernt habe, dass ich mich immer um alles kümmern muss und nicht immer zu allen Dingen Ja sagen. Außerdem kann ich mich immer wieder neu entscheiden, wie ich die Welt betrachte. Und ich kann jeden Tag neu wählen, weil Gefühle immer Reaktionen sind, die ich wähle. Also ich kann immer zum Beispiel jetzt Liebe statt Angst wählen. Das ist egal, was gestern war. Ich kann mich heute neu entscheiden, wie ich meinen Tag und mein Leben leben möchte. So, die zweite Sache ist, den Kleiderschrank auszumisten. Und das ist so eine Sache, die ich dieses Jahr zweimal gemacht habe. Also ich habe ja im Januar angefangen, mein Leben konvert auszumisten. Ich habe mich angefangen, mit dem Minimalismus zu beschäftigen und habe daraufhin dann auch meinen Kleiderschrank ausgenöstet. Das Ganze habe ich dann im Juni oder so im Sommer irgendwann nochmal gemacht. Ich glaube, Kleiderschrank ausmisten ist schon so eine Sache, die ziemlich sinnvoll ist. Ich würde euch dann empfehlen, einfach mal alles rauszuholen, alles auf den Boden zu legen, alles irgendwo hinzulegen und dann nacheinander jedes Teil anzugucken und zu überlegen, darf ich das noch wirklich in meinem Leben haben? Wie fühle ich mich mit diesem Teil? Welches Anziehen habe ich die letzten Wochen, Tage, Jahre angezogen? Und dann habe ich so drei Stapel gemacht mit Flohmark, Freunden bzw. Familie schenken und behalten. Ich habe auf jeden Fall schon viel weniger als der Sozialarbeit immer noch sehr, sehr viele Sachen. Ich denke aber persönlich immer noch, dass der springende Punkt eigentlich bei dem Konsumieren liegt. Also wenn wir sagen, wir konsumieren weniger, wollen weniger kaufen, das ist eigentlich der springende Punkt. Aber tatsächlich sollte man vielleicht auch mal anfangen, den Kleiderschrank auszumisten und zu gucken, was kann ich vielleicht anderen Leuten geben, die es eher brauchen und wo können meine Teile ein neues, besseres Zuhause finden. Also hier hinter dieser schönen Abdeckung, die ich hier erstmal so provisorisch drauf gemacht habe, weil ich jetzt gar nicht mag, wo man Chaos sieht, ist mein Bücherregal mit meinen ganzen Büchern. Und die nächste Sache, die ich euch empfehlen würde, ist an der Leseliste von nächstes Jahr zu erstellen. Also zu überlegen, welche Bücher möchte ich nächstes Jahr lesen? Ich habe so eine Theorie entwickelt, dass ich nächstes Jahr 21 Bücher lesen möchte, deswegen 2021, 21 Bücher. Ich möchte es jetzt nicht zeigen, weil wirklich Chaos denn da einfach nur herrscht. Aber das sind meine ganzen Bücher, die ich schon gelesen habe, die ich noch lesen möchte, die ich mir ausgeliehen habe, die ich... Weiß ich auch nicht. Ganz viele Bücher sind dahinter. Hier ein kleiner Einblick, aber es ist wirklich alles sehr kutscht, was da drin ist. Und falls ihr euch jetzt schon ausgesucht habt, wie viele Bücher ich nächstes Jahr lesen soll, weil wir sind jetzt, wie gesagt, 21 Bücher, dann könnt ihr euch überlegen, welche Bücher sollen das sein und welche möchte ich wann ungefähr lesen. Ich glaube, ich werde mich da gar nicht so doll festlegen und irgendwie sagen, das Buch möchte ich im Januar lesen, das im Februar oder so, sondern ich mache es eher so, wie ich möchte, da ich die sowieso sonst nicht einhalten werde. Aber ich meine, wir kennen das doch alle, wenn wir jetzt irgendwann die Pläne machen für das ganze Jahr, dann halten wir sie sowieso nicht ein. Und ich glaube, das ist auch mit dem Lesen. Aber ich habe mir schon so eine ungefähre Liste gemacht mit Büchern, die ich lesen möchte. Oder auch die ich schon zu Hause habe, also Bücher, die von meinem Sub liegen, die Stapel ungelesener Bücher. Aber vielleicht kennt ihr das auch, wenn ihr euch vornehmt, mit einer Stunde Ansage an Büchern zu lesen, dass ihr das dann nicht einhaltet oder ich kenne es auch. Und ich finde es einfach viel besser, wenn man sagt, ich möchte jeden Tag vielleicht 10 Minuten lesen oder 10 Seiten lesen, weil das dann ein realistisches Ziel ist und was du auch wirklich durchführen kannst. Also das ist ein Ziel, was du machen kannst. Und wenn du dir sagst, ich möchte diese 105 Bücher lesen, ist es so eine Sache, die irgendwie noch ziemlich weit weg ist und nicht so realitätsnah ist. Wenn du aber sagst, ich möchte jeden Tag 10 Minuten lesen, ist es viel durchführmachbarer. Durchführbarer. Machbarer. Trotzdem finde ich es ja immer ziemlich schön, sich so eine ungefähre Richtlinie zu machen. Wir lesen jetzt, wie gesagt, 21 Bücher für nächstes Jahr und ich denke mal, dass ich es auf jeden Fall schaffen werde, da ich dieses Jahr 25 Bücher gelesen habe und ich dieses Jahr erst angefangen habe mit Lesen, wenn man das so sagen kann. Machen wir aber jetzt mal weiter mit dem nächsten Punkt. Und der nächste Punkt ist auch schon hier rechts an meiner Wand und zwar ist das, ein Vision Board zu erstellen. Falls du dich jetzt fragst, was ist ein Vision Board, kommt hier die Antwort. Ein Vision Board ist ein Board, in dem du deine Vision klebst, die der Name schon irgendwie sagt. Das heißt, du hast ein Board, also bei mir ist jetzt ein Bettlaken hier, mit deinen Zielen, mit Inspiration, mit allen Dingen, dich irgendwie motivieren und inspirieren. Einige Leute machen ein Vision Board mit genau diesen Dingen, die sie auch erreichen wollen. Beispielsweise, wenn sie jetzt ein bestimmtes Auto haben wollen, kleben sie wirklich ein Bild von diesem Auto an das Vision Board. Bei mir ist es eher so eine Inspiration. Also ich habe zum Beispiel sprüchig rangehangen. Bei The Weighted Vision Board ist jetzt noch nicht fertig. Es ist tatsächlich mein letztes Vision Board, also von diesem Jahr noch. Aber ich habe das ein bisschen abgemacht, da ich heute anfange, mein neues Vision Board zu machen. Deswegen ist es nicht so schön, wie es eigentlich immer ist und wie es auch sein sollte. Ich würde dir empfehlen, erst mal eine Stelle zu suchen, wo du dein Vision Board hinkleben möchtest. Und zwar eine Stelle, die du öfter am Tag siehst. Bei mir ist es beispielsweise mein Bett. Also es ist direkt immer mein Bett. Und ich sehe das einfach jeden Morgen, jeden Abend. Und dann würde ich mir irgendwelche Dinge raussuchen, seien es jetzt Sprüche, Bilder oder irgendwelche anderen Dinge, die dich motivieren und inspirieren, diese dann darauf zu kleben. Und eigentlich war es das auch schon. Also das sind so diese simplen zwei Schritte, die du eigentlich durchführen musst, um dir ein Vision Board zu verstehen. Eigentlich ziemlich einfach. Falls dich das hier aber noch mehr interessiert und du mehr darüber wissen möchtest und vielleicht das Ganze auch selbst durchführen möchtest, mit noch einer besseren Anleitung, dann warte am besten auf Sonntag. Denn am Sonntag kommt dann natürlich das Video von mir online zum Thema Vision Board. Und ich werde euch dann mitnehmen, wie ich meinen Vision Board 2021 gestalte. Also Sonntag dabei sein. Ein weiterer Punkt, den du vor 2021 machen sollst, beziehungsweise kannst, ist dein Handy auszumisten. Ich glaube, das Handy ist so eine Sache, das ziemlich einfach zumüllt. Seien es jetzt Bilder, Videos oder auch Apps oder vielleicht auch Leute, die man folgt auf Social Media. Die erste Sache, die du zum Beispiel machen könntest, ist dann den ganzen Fotos und Videos auszumisten in deiner Galerie. Du könntest gucken, was brauche ich noch, was brauche ich nicht mehr, was kann ich löschen, was kann ich vielleicht in Ordner einordnen oder was kann ich auf eine andere Festplatte exportieren. Damit es aber nochmal gesichert ist, falls dir eine Sache wirklich wichtig ist. Dann könntest du anfangen, Apps zu löschen, die du zum Beispiel nicht mehr brauchst. Und was ich gerade schon gesagt habe, ist vielleicht auch Leuten bei Social Media zu folgen. Ich glaube, das ist halt ein ziemlich wichtiger Punkt, den wir oft vergessen und oft vernachlässigen. Und deswegen ist das, glaube ich, eine ziemlich coole Idee, was wir noch vor 2021 machen können. Und weil wir jetzt schon 2020 gut abgeschlossen haben, die alten Dinge gelöscht haben, aussortiert haben, dann müssen wir uns jetzt auf das nächste Jahr 2021 vorbereiten. Und deswegen ist der letzte Punkt, auf jeden Fall 2021 zu planen. Und falls du nur noch Inspiration und Motivation brauchst, kannst du dir gerne mal bei diesem Video vorbeigucken. Denn da habe ich dir einige Tipps gegeben, wie ich das gemacht habe. Und habe euch da so einen 7- oder 8-schrittigen Guide gegeben, wie man das Ganze machen kann. Also schaut da gerne vorbei, falls dich das interessiert. Ansonsten wünsche ich dir noch einen wunderschönen Tag und hoffe, dass wir uns dann am Sonntag bei meinem Mission Board Video wiedersehen. Habt noch einen schönen Tag. Bis dann. Tschüss. 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 Tschüss.